Willkommen zurück hier auf dem Kanal der A&M. In diesem Video heute lernst du, wie die perfekte Stellenausschreibung für deinen Betrieb aussieht, damit du eben maximal viele Bewerbungen bekommst und auch vor allem, wie das Formular auf deiner Seite gestaltet sein sollte, damit sich eben möglichst viele Bewerber bei dir melden und du endlich die richtigen Fachkräfte einstellen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Los geht's! Ja, auf meiner Seite herzlich willkommen hier an der Stelle. Und wir wollen uns heute mal anschauen, wie soll eigentlich so ein Bewerberformular auf einer Website aussehen. Wir kennen das ja alle, wir haben alle irgendwie eine Website, also die meisten zumindest, die das schauen, denke ich mal. Und die haben da auch irgendwo versteckt, und da geht's schon los, eine Kategorie Jobs. Und bei diesen Jobs kann man sich dann melden bei dem Unternehmen. Und ganz viele, also fast jeder, der das schaut, wird wahrscheinlich auch sagen, hey, wenn ich einen qualifizierten Mitarbeiter mehr hätte, würde ich einstellen. Das wäre kein Problem, würde ich beschäftigen können. Und das wird sich in meiner Meinung noch nicht ändern. Deswegen sollten wir auf jeden Fall mal darüber sprechen, wie kriegen wir möglichst viele Leute. Vielleicht nochmal vorab, warum das Ganze überhaupt wichtig ist, sich anzuschauen. Wir haben halt in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass viele Betriebe auf diesen Seiten, ja, also der erste Fehler ist natürlich, gar keine Seite zu haben. Der zweite Fehler ist, auf dieser Seite eben bestimmte Fehler zu machen. Und genau um diese Fehler geht's jetzt. Also nahezu 100 Prozent der Betriebe. Ja. Häufig ist einfach nämlich der Fall, dass dort sehr, sehr viele Informationen abgefragt werden. Ja, und auch überflüssige Informationen abgefragt werden. Und dazu wollen wir euch jetzt ein bisschen Input geben, was wir da machen. Wir skizzieren das sogar mal, dass du dir das genau vorstellen kannst. Also wir müssen uns Folgendes vorstellen. Erstmal, wie kommt die Situation zustande? Es ist so, du schaltest zum Beispiel irgendwo Werbung, du bist in sozialen Medien präsent. Du schaltest in der Zeitung, du bist irgendwo anders sichtbar und dich sieht jemand. Der sagt sich, oh, das interessiert uns an das Unternehmen. Finde ich interessant. Ich melde mich mal bei denen. Beziehungsweise ich gucke mal, was die so machen. Was da jetzt macht es sich zu googeln? So, jetzt geht's schon mal los. Wenn du gegoogelt wirst, solltest du natürlich, jetzt haben wir hier so die klassische Fenster. Also die Google-Ansicht. Dann haben wir hier einmal so den My Business-Eintrag. B. Dann haben wir hier die Ergebnisse. So, sieht das schon mal realistisch aus. Das Erste, was er jetzt schon mal macht, ist zu gucken, was ist denn hier los eigentlich. Und er guckt sich halt primär die Sternchen an, wie viele hier sind. Bilder, Bilder vielleicht auch noch. Bilder vielleicht auch, genau. Bilder werden hier oben drüber. Dann hier in der Öffnungszeit, etc. Das ist auch nicht so relevant. Wichtig sind Bilder und Sternchen. Und hier solltest du schon mal schauen, dass die Bilder möglichst auch das widerspiegeln, was ihr macht. Also erstmal, es sollte relativ hochwertig alles aussehen. Also ihr braucht jetzt keine Profifotos, aber mit einem iPhone geschossenen Fotos können das schon komplett ausreichen. Und zweitens ist es so, dass die Sternen halt wichtig sind. Da haben wir separate Videos zu, welche jetzt nicht so im Detail drauf eingehen sollten. Und auf jeden Fall mindestens mal 4,5 sein. Also mehr als 4,5 Sterne, dann bist du auf der guten Seite. Wenn das jetzt alles passt und er noch nicht an der Stelle abgesprungen ist, dann wird er jetzt folgendes machen. Jetzt hat er hier eine Website. Und er wird jetzt darauf klicken. So, ganz simpel. Lass mal. Was passiert jetzt? Kommt auf deine Website. So, die ist jetzt einfach mal so aufgebaut. Hier oben ist ein Bild. Hier runter ist eine Menüleiste üblicherweise. Und hier sind so verschiedene Reiter. Zum Beispiel haben wir hier Produkte. Kontakte ist meist hier hinten. Was können wir dazwischen haben? Unternehmen. Und hier vielleicht noch Events oder so. Je nachdem. Das kann bei jedem auch ein bisschen anders aussehen. Und hier geht es schon mal los. An dieser Stelle sollte schon richtig offensichtlich sein für ihn, wo er klicken muss, wenn er eine Jobhauter haben möchte. Das heißt, wenn diese Reiter hier sind, ist schon mal ein Fehler passiert. Weil es muss mindestens noch ein Reiter in der Karriere, das geht natürlich eher konzernlastig. Stellen. Stellen oder Jobs. Jobs hat den Vorteil, wenn das hier schon relativ voll ist. Jobs sind nur vier Buchstaben. Das kriegst du meist noch runter. Das heißt, die erste Transformation ist schon mal, dass wir das hier eben nicht so haben, sondern dass wir sagen, wir haben hier Produkt. Jetzt haben wir hier das Unternehmen. So, dann haben wir hier die Events. Jetzt haben wir hier Jobs. Und hier noch Kontakt. So, das heißt, das erste Wichtige ist schon mal, dass er auf einen Blick die Möglichkeit haben muss, direkt bei den Jobs rauszukommen. So, wie sieht so eine Jobseite aus? Bei den meisten Leuten sieht es so aus. Die haben dann hier irgendwie ihr Bild, bisschen Text dazu. Hier vielleicht noch ein Bild, bisschen Text dazu. Je nachdem, Stellen halt. Manche sind die halt auf einer Seite. Ist erstmal egal. Das ist dann halt normalerweise Stelle. Stelle 2. Dann ist hier unten meist so ein Hinweis. Mail an XY mit Unterlagen. Manche sind einen Schritt weiter. Die haben dann, ich sag mal, die haben dann so ein Kontaktformular. Das dann so ungefähr so aussieht. Bildname, Name, Telefon, Mail und dann hier noch so ein Anhang. Anhang. Und noch ein Freitextfeld. Ja, und Freitextfeld meistens noch. Freitext. Manche übertreiben es auch ein bisschen. Die machen hier noch Straße rein. Postleitzahl. Postleitzahl. Hast du schon Leute gesehen, die da alte abfragen? Das geht gar nicht. Aus anderen Aspekten. Auf jeden Fall, Anhang ist hier so ein Thema, was sehr, sehr schnell dafür sorgt, dass die Person, die gerade sich mal ein bisschen informieren wollte, die sich gerade mal gesehen hat, sich vielleicht doch direkt hätte bewerben können, es nicht macht. Gerade wenn das ein Pflichtfeld ist. Ja, und das ist fast immer ein Pflichtfeld. Bei den meisten. Also, ich sag mal, die allermeisten haben, also ich würde sagen, 80 Prozent haben hier einfach nur stehen, schreibt eine Mail an XY und ruft an. Macht keine Realität. Ja, sende uns eine Mail mit deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an. Ja, genau. Übrigens, das ist auch ganz klar, selbst wenn die Bock hätten, die Mail zu schreiben, die wissen gar nicht, was sie reinschreiben sollen. Was sind aussagekräftige Bewerbungsunterlagen? Was erwartet ihr? Was erwartet ihr für ein Anschreiben da drin? Jetzt würde man natürlich sagen, viele sagen jetzt, ja, aber das müssen die auch selber hinbekommen. So kann man natürlich denken, dann kriegt man ja keine Mitarbeiter. Weil die Leute, selbst die Guten, die werden immer nach dem Prinzip des geringsten Widerstands gehen. Die werden sich immer bei dem Unternehmen bewerben, wo es am einfachsten ist. Egal, wie gut oder schlecht die sind. Das ist ein generelles menschliches Prinzip. Und was hier halt wir empfehlen, wir machen das jetzt mal, wie es idealtypisch aussehen sollte. Erstmal, also wir sehen jetzt, wir gehen davon aus, wir haben hier oben auf Jobs geklickt. Haben wir hier eine Seite. Leute, man kann das ein bisschen abändern. Aber ganz wichtig ist das Element, dass man überhaupt mal direkt die Möglichkeit hat, am besten hier an der Seite, sich direkt zu melden. Hier kann direkt die ganze Zeit ein Kontaktformular mitschwimmen. Also ihr müsst euch mal vorstellen, wenn die Person am Handy das aufruft, dann muss sie teilweise erstmal scrollen, bis sie am Ende beim Kontaktformular ankommen. Sowas wie schick eine Mail oder ruf an oder so, vergesst das. Da werden sich super wenige melden. Wenn sich darauf Leute melden können, wenn ihr davon ausgeht, es würden sich drei, viermal so viele melden, wenn ihr es so machen würdet. Hier die einzelnen Stellen, aufgelistet einfach. Wenn man auf die Stellen geht, dann kommen weitere Infos. Aber diese Kontaktformular bleibt immer eingeblendet. Auch bei den weiteren Infos zu den Stellen bleibt es eingeblendet. Und dann habt ihr hier einmal den Namen, die Telefonnummer, die Mail und ein Feld, optional ganz wichtig, wenn du noch etwas sagen möchtest, dann teile uns das mit so ungefähr für weitere Infos. Und was man noch machen kann, ist einmal die Stelle, auf die man sich bewirbt, so als Dropdown, das geht auch. Dass man einfach sagt, okay, der klickt halt an, welche Stelle möchte er, muss man aber auch nicht machen. Kann man aber machen, weil das für die Leute eine höhere Relevanz erzeugt. Und das war's, das alles sind hier dann absenden. Super simpel. Wenn du, also wie gesagt, nahezu 100% der Unternehmen, ich habe noch kein Unternehmen erlebt, was es wirklich genau in der Form hatte, vor allem mit der Einbindung auch, dass Direktjobs oben sichtbar ist. Nahezu 100% der Unternehmen machen das eben nicht genau so. Und das sorgt dafür, dass einfach zwangsläubig weniger Leute sich melden. Es kann sein, dass es nur die Hälfte an Leuten ist. Es kann aber sein, dass es ein Zehntel ist, die sich gerade melden. Und dann ist es halt wirklich schmerzhaft. Dann denkt man sich auch, ich kriege einen Bewerber im Jahr, es können aber auch 10 sein, wenn ich allein das beachten würde. Genau, also wenn du das hier so baust, das ist ganz simpel, das kann auch jeder, also wenn du deine Homepage selber machst, kriegst du das selber auch hin. Wenn nicht, dann kriegst du das, wie auch immer deine Homepage macht, auf jeden Fall hin. Wenn du es so aufbaust, auch mit dieser Stellenübersicht und so, dann hast du halt einfach die höchste Wahrscheinlichkeit, dass die Person, die für dich relevant ist, dich tatsächlich meldet. Eigentlich sehr, sehr simpel, darum geht es auch, möglichst einfach das Ganze zu handhaben. Aber darum geht es auch im ganzen Vertriebsprozess, nicht im Vertriebsprozess, sondern im Bewerbungsprozess. Mach es möglichst einfach für die Leute, dann kriegst du auch mehr Leute und kannst halt mehr auswählen. Darum geht es am Ende, weil auch die guten Leute haben keinen Bock, lange Bewerbungsunterlagen zu schicken, zu machen. Und lange Gespräche zu führen am Ende. Okay, super. Wir denken, da waren einige Sachen dabei. Übernimm das gerne so für dich. Und wir hoffen, in Zukunft mehr Websites zu sehen, die so aufgebaut sind. Und wenn dir das Ganze gefällt, lass gerne einen Daumen nach oben da. Wir werden natürlich auch weitere Themen, mitarbeiterseitig, kundenseitig, hier besprechen. Deswegen bleib immer auf dem Laufenden. Und wenn du noch irgendwelche Ideen hast oder irgendwelche Fragen hast, dann schreib gerne in die Kommentare. Ansonsten dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.